Und damit ein herzliches Willkommen beim Drachenlord-Dachen-Stream, wie auch immer man es nennen möchte. Heute haben wir das Thema Animes und Anime-Songs und alles. Aber sonderlich länger als zwei Stunden bleibe ich heute eh nicht, Leute. Ich habe Bauchschmerzen und bin müde wie Sau. Und geht es mir echt nicht besonders, ey. Ich hole mir mal schnell noch meine Pizza, Leute. Möchtet ihr schmecken? Dankeschön, werde ich machen. Das ist eine ganz normale Margarita, aber ich habe extra Käse drauf. Also Pizza hilft gegen Bauchweh. Was ist bitte Pizza? Ich kann Pizza nicht schreiben, aber sag zu mir, ich bin ein Affe. Junge, lern erst mal in der Realität anzukommen, bevor du mich beleidigst. Lina, ich glaube, es geht dich gar nichts mehr an, wie mein Bart aussieht. Du hattest deine Chance und du hast sie versaut. Tut mir leid, es ist deine Chance. Für dich hätte ich alles gemacht und du machst so eine Scheiße mit mir. Finde ich echt uncool. Zigarette wechselns Bandrache. Junge, wenn du mir nochmal Bandrost fliegst, du aus meinem Stream. Warum bist du mir jetzt aus der Hand geflogen, ey? Hey, schwächle ich jetzt oder was? Kommst du aus Bayern? Ja, Frau, ich spiele nicht ein Bayer. Ich spiele ein Frank, um genau zu sagen. Hater, Hater, Sie sind so dumm wie sonst nichts anderes. Sie haben es nicht drauf. Aber Drolling gibt es, es heißt Trolling mit T. Drolling habe ich zumindest noch nicht gelesen oder nicht gehört. Wisst ihr was, Leute? Für tausend Likes habe ich mir noch einen Lippenstift drauf. Ich kann euch sogar verschiedene Farben anbieten. Mach mal es ganz professionell. Das hält mir gar nicht. Sieht mir, glaube ich, keinen Unterschied im Stream. Als Lidschatten brauche ich den nicht nehmen. Hier hole ich einfach einen Lidschatten. Aber dafür müsste man 5.000 draushauen. Für 5.000 haue ich mir noch einen Lidschatten drauf. Wenn ich mal einen Mann, der sich traut, zu seinem weiblichen Sahne zu stehen. Danke schon, Lina. Ja, ich bin bisexuell. Also von daher macht mir das überhaupt nichts aus. Würde mich jetzt als für einen Mann nicht schminken. Aber eine Sache habe ich nie verstanden. Wenn Frauen einen Lippenstift drauf haben, wie können sie dann was trinken? Ach übrigens, Lina, wollte ich nebenbei erwähnen. Falls du mich im Skype anschreibst, ich bin während ich online bin, nicht im Skype online. Nebenbei bemerkt. Die einzige Freundin, die ich mir aktuell wünsche, ist die Lina selber. Mich würde nur noch eins interessieren, Lina, falls du noch da bist. Naja, spielt auch keine Rolle. Es ist interessant, dass manche Menschen keinen Einfluss auf mich haben. Aber die ganze Nacht von einer bestimmten Person zu träumen, das ist echt heftig. Ich rauche auf Lunge, wann es mir passt. Und ich rauche auf, äh, und nicht du passen, wann ich passen will. So, und das war jetzt der letzte Song für heute. Dann haut rein. Und wir sehen uns in den nächsten Tagen. Danke, Bologa. Aber ich bin jetzt leider weg. Lieber Hater, jetzt habt ihr richtig Scheiße am Arsch. Wegen Brand und so weiter. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr damit davon kommt. Alter, dieses Mal habt ihr echt zu viel Scheiße gebaut. Jetzt aber fliegt ihr raus. Das schwöre ich euch. Jetzt erwischen wir euch. Jetzt, das war's, Alter. Das kann nicht sein. Ey, ohne Dreck, Alter.